Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist... Na, was? Na, dunkel, schwarz. Witzig. Alles hier herum ist schwarz. Das meine ich aber nicht. Rate weiter. Wenn es nicht alles ist, dann eben nichts. Nichts kann ich aber auch nicht sehen. Dann hast du entweder Tomaten auf den Augen oder du siehst, ja, was außer allem oder nichts. Verdammt nochmal. Einzeldinge. Witzlos. Einzeldinge gehören doch zu allem dazu. Sie gehören nicht nur dazu, sie sind sogar alles. Keine Witze jetzt. Wer sagt das? Na, Spinoza ist sowieso alles eins. Eine einzige Substanz, die uns nur in verschiedenen Attributen und Modi erscheint. Lass mich raten. Wenn dieser Spinat so das meint, dann kann diese Supersubstanz definitiv nur Spinat sein. Knapp vorbei. Dieser Spinat so heißt Spinoza und er war einer der größten Denker aller Zeiten. Und er meinte Gott. Also mal ganz ehrlich. Eben dem Modus. Also jetzt mal ganz unter uns. Ja? Das mit dem Modus. Ich kapiere momentan nur Spinat. Also pass auf, wenn du mich siehst, dann siehst du Gott, dass sich unter anderem gerade im Modus einer Schauspielerin befindet. Schauspielerin? Ist das ja etwa versteckte Kamera oder wie oder was? Und wenn ich rede, hören die Filmzuschauer einen Teil von Gott in seiner denkenden Eigenschaft. Jetzt sehe ich sie. Da ist die Kamera. Bingo.